Hallo und herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator. Mein Name ist Gregor, das hier ist eine neue Folge Librarium. Die Rubrik, in der wir uns mit Romanen von Games Workshop bzw. aus ihrem Black Library Label befassen. Wie üblich, nicht so wirklich eine Buchreview, eine Buchbesprechung im Sinne von Bewertung der Qualität des Autors, sondern eher der Blick eines Fans und Hobbyisten, ob das Buch mir als Fan, als Hobbyist, als jemand, der sich mehr mit dem Lore als mit dem Tabletop befasst, taugt, was daran Spaß macht und ob das aus meiner Sichtweise empfehlenswert ist, sich anzuschaffen oder eben nicht. Und heute greife ich mir den ersten Roman, der sich primär um die Necrons dreht, und zwar aus Sicht der Necrons, nämlich The Infinite and the Divine von Robert Rath. Auf Deutsch ist das Buch, glaube ich, als Der Göttliche und Der Unendliche und Der Seher, ist die deutsche Übersetzung des Titels, und dreht sich um zwei Necron-Lords. Einmal mit Trezan, dem Unendlichen, einer Figur aus dem Necron-Hintergrund, den es tatsächlich schon länger gibt, zu dem es meines Wissens auch eine Figur gibt, der im Kontext rund um Kadia auftaucht, also der wirklich etabliert ist in dieser Spielwelt, auch auf der Tabletop-Ebene. Und Orican, dem Seher, ein sogenannter Kronomand, also auch ein Necron-Lord, der sich mit dem Thema Zeit befasst, mit dem Thema Manipulation von Zeit. Und das sind die beiden Hauptfiguren und gleichzeitig Antagonisten dieser Geschichte, die einen jahrtausendelangen Streit pflegen, also wirklich pflegen und zelebrieren, in einer Größenordnung, in einem Ansatz, der die Ereignisse, die da draußen in der weiteren Galaxie passieren, an vielen Stellen einfach, ja, ich würde nicht sagen ignoriert, weil es trotzdem Einfluss auf sie hat, aber sich an vielen Stellen außen vorlässt, weil die beiden viel zu sehr mit ihrem Streit zwischen, ich formuliere es jetzt mal, zwei alten Leuten beschäftigt sind, die sich am Gartenzaun stehend, gegenseitig nicht anbrüllen, aber versuchen in die Pfanne zu hauen, die Nachbarschaft gegeneinander aufzuwiegeln, wenn man jetzt von Necron-Lords von einer Nachbarschaft sprechen kann. Es hat hier und da so ein bisschen das Gefühl eines Kleingartenvereins, in dem man sich nicht leiden kann, aber beide Parteien halt eine Parzelle in dieser Kleingartenanlage besitzen. Ich hoffe, das Bild ist für euch irgendwie nachvollziehbar. Und das ist in meinen Augen eines der tatsächlich am besten lesbaren, beziehungsweise als Hörbuch dann auch hörbaren Bücher, die Games Workshop in den letzten Jahren rausgebracht hat. Das liegt für mich an verschiedenen Punkten. Einerseits ist es eben keine von diesen großen, weltenumspannenden, galaxisrelevanten Ereignissen, auf den ersten Blick, die da erzählt und aufbereitet werden sollen. Also man sitzt als Leser nicht da und denkt sich, okay, das hat jetzt alles die total großen Konsequenzen. Stellt fest, im nächsten Buch ist es völlig egal, sondern viel von dem, was zwischen Trezin und Orican passiert, ist tatsächlich so ein Stückchen egal für das größere Ganze. Es ist nicht egal für die Necrons, weil einfach gerade die Necrons mit den Konsequenzen dieser Streitigkeit, einer gegenseitigen Sabotage leben müssen. Und es ist am Ende natürlich auch nicht egal für das größere Universum, weil da Dinge passieren, die Einflüsse haben, die beiden Akteuren nicht wirklich bewusst sind. Egal wie lange sie im Voraus planen, sie planen halt nur für ihre Eigeninteressen, ihren Egoismus und für ihren Streit miteinander. Aber die großen Auswirkungen auf die Galaxis sind ihnen so ein bisschen Wurst und nehmen sie an vielen Stellen nicht wahr. Das ist so der eine Faktor, dass man so eine sehr, sehr nahbare Geschichte hat und eine Geschichte hat, wo beide Protagonisten wirklich Persönlichkeit entwickeln. Nicht eine Persönlichkeit, die sich im Laufe des Buches verändert. Also keiner der beiden macht eine Heldenreise durch, wie man das jetzt so als literarischen Ansatz kennt, weil es beides Figuren sind, die in ihrer Haltung, in ihrer Denkweise, in ihrer Position schon längst sich etabliert haben und einfach so alt sind, dass sie sich nicht mehr wirklich weiterentwickeln. Das ist mal von der Problematik der Weiterentwicklung bei Necrons vollkommen abgesehen. Sondern sie sind Figuren, bei denen sich die Geschichte um sie als Personen dreht. Das finde ich gerade und auch bei Warhammer wichtig, dass man mit den Akteuren mitfiebern kann, sich amüsiert, enttäuscht, dass wenn Pläne nicht funktionieren, weil sie irgendwie durchkreuzt werden und damit ein bisschen in die Geschichte investiert ist. Und das ist man bei The Infinite and The Divine sehr schnell und absolut, gerade wenn man sich vorher schon mit dem Thema Necrons befasst hat und gerade sich mit Trezern und seiner Geschichte befasst hat, mit seinen Sammlungen und dem ganzen Drum und Dran, macht es das recht leicht, sich mit diesen Figuren zu identifizieren und an diesen Figuren Spaß zu haben. Und eben auch, und das ist jetzt wieder eher in allgemein Necron relevant, dieses völlig andere Verständnis für das Vergehen von Zeit und für einfach Verlaufsachsen innerhalb dieses Universums, wie unterschiedlich die für verschiedene Völker stattfinden. Denn Solemnus, die Welt, auf der ganz viele dieser Ereignisse spielen, durchlebt verschiedenste Zeitalter. Durchlebt die Besiedlung durch Eldari, wird von Menschen besiedelt und die ganze Zeit findet unter der Planetenoberfläche und teilweise auch auf der Planetenoberfläche, finden Ereignisse für die Necrons statt, die diese neuen Bewohner in der Form gar nicht entweder verstehen, nicht wahrnehmen oder nicht überblicken können, weil Dinge sich für ihre Wahrnehmung so langsam entwickeln und in so langen Zeitachsen entwickeln, dass es gar nicht machbar ist, das zu begreifen aus dem Blickwinkel eines kurzlebigeren Volkes. Selbst Eldari, die ja wirklich alt werden, sind nicht in der Lage zu überblicken und zu erfassen, wie langfristig sowohl Trezin als auch Orican planen, denken und agieren. Und etwas, was für Orican und Trezin relativ schnell abläuft, in ihrer Wahrnehmung innerhalb weniger Jahrzehnte oder Jahrhunderte, ist für die anderen Völker oder die anderen Bewohner dieser Welt etwas, was so absurd lange dauert, dass sie gar nicht mitbekommen, dass es passiert. Das bietet in meinen Augen einen wirklich, wirklich guten Einblick darin, was die Necrons ausmacht, es gibt einen Einblick in diese Gesellschaft der Necrons, auch darin, wie mit Streit zwischen zwei Fürsten umgegangen wird, denn sowohl Orican als auch Trezin sind mächtige Necron-Lords, ganz klar, auch wenn sie sich in die Konflikte der Necrons eigentlich nicht hineinziehen lassen. Natürlich werden sie ab und zu dazu gezwungen, weil Dinge passieren, die sie mitbetreffen und ihre Herrschaftsbereiche mitbetreffen, aber sie führen ganz, ganz massiv ihr eigenes Leben. Natürlich ist Trezin immer unterwegs und guckt, ob er hier was Neues für seine Sammlung findet. Und da was Neues für seine Sammlung findet. Während Orican ein viel größeres Interesse daran hat, den Lauf des Universums zu beeinflussen und das aber eben auch langfristig und nicht, das muss in zwei Jahren passiert sein. Damit haben wir zwei Figuren, die viel Geduld zeigen. Trezin weniger als Orican. Trezin ist der Ungeduldigere von beiden. Wenn er irgendwas haben will, dann ist er sehr schnell unterwegs, um zu kriegen, was er möchte. Orican mit seinem Konzept der Sterndeuterei und auch des Beeinflussens von Himmelskonstellationen, von Ereignissen ist da der Geduldigere. Aber wir haben da zwei Figuren, die Spaß machen zu lesen, Spaß machen zu beobachten, die trotzdem in dieser Geschichte sozusagen, oder beziehungsweise wo die Geschichte am Ende nicht in einem Cliffhanger endet, wo man so unbefriedigt aufhört, denkt, jetzt muss ich entweder warten, bis der nächste Band rauskommt, oder das Gefühl zu haben, da hängt noch ganz, ganz viel in der Luft, was man nicht nachvollziehen kann. Und genau diesen Fehler macht Robert Rath, der Autor an der Stelle, für mich nicht, sondern er schließt diese Geschichte in sich ab. Er schließt sie mit einem großen Knall. Es gibt ein großes Finale, was irgendwie Spaß macht zu lesen und dann eben auch relevant wird. Und was er hinbekommt, das ist eine Kleinigkeit innerhalb dieses Romanes, die ich aber sehr, sehr mag. Jedes Kapitel beginnt mit einem Zitat. Aber es ist nicht wie jetzt bei 40K Warhammer Imperiumsbüten, dass das mit irgendwelchen Aphorismen aus dem imperialen Glauben passiert, sondern das sind Zitate von verschiedenen galaktischen Völkern. Man hat Zitate von Orks, von Eldari, von Menschen. Man hat Ausschnitte aus Necron-Opern und aus Necron-Theaterstücken. Und das, finde ich, verleiht diesem ganzen Buch so eine Reichweite in der Erzählung, so ein Verständnis dafür, wie anders Necrons das Universum, Zeit und sich selber wahrnehmen und wie parallel und voneinander unbeerobachtet Dinge in dieser Galaxis teilweise einfach ablaufen können. Insofern für mich wirklich eines der besten 40K-Bücher der letzten Jahre. Robert Rath ist jetzt nicht der bekannteste Name unter den Black Library-Autoren, ist aber jemand, wo ich sehr, sehr explizit sage, habt ein Auge drauf, guckt, was der sonst noch geschrieben hat, legt euch Sachen von ihm zu. Das Buch kriegt man, glaube ich, aktuell als Druckausgabe, zumindest auf Englisch eher nur noch schwierig, weil die üblichen sehr begrenzten Auflagen von der Black Library natürlich hier eine Rolle spielen. Aber man bekommt das Ganze als gut vertontes Hörbuch. Man kann sich das auf Audible anhören. Die Black Library hat das, glaube ich, auch auf Deutsch vertont und ist von mir eine sehr, sehr explizite und sehr klare Empfehlung, sich das zuzulegen, wenn man Bock auf spannende Necron-Kram hat und eben meinen anderen Blickwinkel auch auf dieses Universum. Wie seht ihr das? Habt ihr das Buch gelesen, habt ihr das Hörbuch gehört? Hattet ihr ähnlich viel Spaß dran wie ich? Seid ihr ähnlich begeistert wie ich? Würde mich interessieren, lasst mir das in den Kommentaren gerne als Rückmeldung da und ich würde sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.